ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate bevor es losgeht wie immer der obligatorische risikon weiß der handel mit cfds ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir gehen direkt rüber in die xstation und fangen mit der fed an also die fed hat die zinsen ja in der vergangenen woche wie erwartet um 25 basispunkte angehoben die spanne den leitzins liegt jetzt bei 5 bis 5,25 prozent gleichzeitig wurde aber auch inoffiziell eine pause im zinserhungszyklus angedeutet und die meinung auf dem markt sind ja geteilt einige haben schon lange auf den schwenk gewartet andere halten dies allerdings für den beginn der probleme und wie sich die situation in der vergangenheit entwickelt hat dazu gibt es dann mehr informationen in meinem video von heute morgen den link finden sie wie immer unten in der beschreibung und wir schauen jetzt noch mal kurz auf die chance der nasdaq 100 bleibt in seiner kurzfristigen range und könnte vielleicht versuchen in dieser woche nach oben auszubrechen der deutsche leitindex bzw der dax future konnte sich in der vergangenen woche nach einem scharfen ausverkauf wieder erholen und hält sich aktuell oberhalb der 16.000er marke euro dollar versucht immer noch den widerstand bei 1 10 33 zu knacken es gab bereits drei fehlausbrüche aber der vierte versuch erfolgt bereits jetzt am montag gold konnte das rekordhoch in der vorwoche zwar nicht halten hält sich aber auch über dem wichtigen ausbruchsniveau bei 2010 dollar also wichtiger hochpunkt mehrere fehlausbrüche annäherung und dann der bruch und solange der markt hier nicht wieder darunter rutscht gibt es also gute chancen dass es nochmals einen neuen versuch gibt nach oben auszubrechen wti konnte den bereich in der vergangenen woche zwischen 64 und 65 dollar verteidigen auch wenn der markt zwischenzeitlich deutlich tiefer notierte und versucht jetzt eben einen wichtigen bereich zu durchbrechen und zwar bei 71 66 bitcoin kann zwischen kann die zone zwischen 28.700 und 28.900 nicht verteidigen in der vor zwei wochen gab es den bruch nach oben dann ein schlusskurs in der vorwoche beziehungsweise am sonntag genau mittendrin und jetzt läuft der markt erstmal wieder in wichtige tiefpunkte rein das war's von mir ich wünsche allen viel erfolg für heute und würde mich freuen wenn sie dann beim nächsten mal wieder einschalten über den daumen würde ich mich natürlich auch freuen bis zum nächsten mal